da weiß ich wie ich das mache, so hier mal raus, dann mache ich mal so ein chesten oder so wie das aber dann passen, so habe ich wieder ein Liedkopiel, so das erste mal hier weil wir Facken geholt haben, erstmal ausleuchten so dann können wir das so machen ne, so geht das ja nix falsch da hatte ich nicht den richtigen Stack aktiviert äh und hier sind dann genau welche, ne, yo hier auch nochmal so und da hier werden dann Regale ich denke wir ziehen dann hier auch nochmal ne wand hoch oder oder so wir das so lassen doch ich zieh nochmal ne wand hoch hier schaut einfach besser aus hier hier mal und die Mucke ne ne die Mucke bringt mich ja hier zum boah ne hier 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 g hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Dann kommt hier das gleiche nochmal hin. Da kann ja dann keiner, der kommt dann direkt da. Oh, endlich mal was Tolles hier. Die, 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 die. So, ich habe noch eine Tür eingesetzt. Nee. Und dann müssen wir die Chests bauen. Wow, wow, wow. Ich habe mich erschrocken. Wow, wow, wow. Das ging aber ab, ey. Boah. Da haben wir auch einen Skelettkönig. Wie bei Diablo 14. Nein, drei. Boah, ich habe immer so einen Schiss vor so einem Creeper, man, ey. Das hinter uns steht. Und dann so... Uh. Und dann ist er weg. Oh, habe ich mich aber jetzt erschrocken. Da kam mir aber die Haut von der Gänse, ey. Wow. Trotz, dass sie animiert sind hier in Minecraft. Können sie einen trotzdem zu Tode erschrecken, ey. So, hier haben wir eine Truhe. Ja. Hier ist schon gecraftet. Nein. Das Glück ist es weg. Irgendwie ist das noch nicht überarbeitet. Muss hier nochmal mit McBetcher drüber gehen. Und dann sind vielleicht auch die Teile überarbeitet. So. Passt auch. Doch, sauber. So. Ich glaube, ich habe Eisenmangel. Hier schmetzen mich nach Blut in meinem Mund. Oder ich bin ein Vampir. Ich bin ein Vampir. Und let's playe eine Minecraft-Folge. Mehrere Minecraft-Folgen. So. Und dann könnten wir hier einiges an Sachen reinpacken. Und dann können wir kurz draufmalen. Zum Beispiel ein Anime-Bild. So. Zu. Oh, was ist das denn? Hä? Na ja. Eine�-Folge. Oh. Irgendwas ist jetzt hier gerade verstellt. Wartet mal, Moment, hab's hinbekommen. So, zu den Lagertruhen, da, äh, yes. Was wären sie dann, in dem Raum steht, kannst sie hier einiges an Sachen wegbringen. Die Truhe, die Crafting Truhe, oh, einer, unser Fehler, der uns häufiger passiert. Vielleicht ergibt's ja auf Youtube ein cooles Bild. Moment. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Passt vielleicht sehr gut zum Titel oder so. Muss man jetzt mal gucken, einmal rumlaufen, ob hier alles Erde weg ist. Sonst können wir spinnen, ETC hier hochlaufen. So, Alter, wir haben jetzt... Alter, ist nicht so gut. Wir haben jetzt sauviele gebaut. Ein Lagerhaus, das Bauernhaus, ein Familienhaus, ein Schloss, ne Burg. Ein Haus, das wir gar nicht mehr finden. Äh, das war im Dschungel. Dschungel. Ach. Ich bin so viel gebaut. So, und jetzt muss ich nochmal einen Break machen. Und ihr könnt mal hier draußen eben warten. Also. Whisk-like. Und du gehst aus meinem Feld raus. Du, 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 du. Du, 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 du. So, wir machen gerade... Ah, da war's. des Niesen des Jahrhunderts. Ich hoffe, ihr habt noch rechtzeitig gemutet. So, wir machen jetzt gerade hier so uns Gras. Also bearbeiten den Weg, der hier frei war, wo hier alles vor Löchern war. Damit kann man schlecht Löcher beheben. Damit machen wir jetzt hier dann auch weg. Und machen einen schönen Durchgang hier. Und zwar kann man das jetzt nicht hier alles füllen. Reichlich an Rohstoffe von unserer Erde geht weg. Wow. Einfach schöner aus. Zomber mit Zombie-Man. Ich nenne die ab heute mal Bomber-Man. Wir holen einfach noch mal eine Schippe. Craften die jetzt einfach mal kurz in der Bäckerei. Macht man eigentlich nicht. Weil man mit der Schippe nicht backen kann. Einfach drei Schippen. Oder eine. Weil wir ja nicht genügend Stickys hatten. Und hier kein Eintritt für ungefugt. Kann das nämlich nur wachsen und so. Das ist ja so. Ach, Mann. Video hier noch füllen. Und hier. Ah, wunderbar. Und hier kommen sie alle raus. Super. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir haben uns das nicht ausgesucht.